Herzlich willkommen bei der Sendung «Gelten»! Schönen Abend! Viele träumen vom eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung. Wohneigentum ist aber teuer und die Voraussetzungen, um eine Hypotheke überzukommen, sind streng. Banken und Versicherungen finanzieren in der Regel maximal bis zu 80% vom Liegenschaftenwert mit Fremdkapital. Den Rest muss man selber als eigenes Kapital einbringen können. Der Liegenschaftenwert, der die Grundlage für die Fremdfinanzierung bildet, muss allerdings nicht zwingend mit dem Kaufpreis übereinstimmen, falls die Bank oder der Versicherer das Haus oder die Wohnung als weniger wertvoll einstuft. Als Faustregel. Für die Berechnung der Tragbarkeit gilt, die monatlich anfallenden Kosten für das Wohneigentum dürfen in der Regel nicht mehr als ein Drittel des Bruttoeinkommens ausmachen. Im Geld zeigen wir heute, welche Möglichkeiten man hat, um die Eigenmittelvorschriften zu erfüllen, was bei einem Erbvorbezug oder einem Darlehen aus dem Privatbereich zu beachten ist, und reden über die Vor- und Nachteile, wenn man für den Erwerb von Wohneigentum auf Gelder aus der zweiten oder dritten Säule zurückgreift. Ich begrüße jetzt Dominik Waldner, Kundenberaterfinanzierer bei der Acrevis Bank. 20% Eigenkapital muss man für eine Immobilienfremdfinanzierung mitbringen. Was wird alles zu den Eigenmitteln dazugezählt? Das ist absolut richtig. Mindestens 10% müssen sogenannte harte Eigenmittel sein. Das können Gelder in Form von Cash sein. Das können Gelder aus der dritten Säule sein. Das können Erbvorbezüge oder Darlehen sein. Die anderen 10% können auch in Form von Pensionskassengeldern eingebracht werden. Sie sprechen den Erbvorbezug an. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eben so ein Erbvorbezug als Eigenmittel angerechnet wird? Damit die Gelder aus dem Erbvorbezug vollständig als Eigenmittel angerechnet werden, muss ein Vertrag vorliegend sein. Da muss beide Parteien unterzeichnet sein. Und es macht ebenfalls Sinn bei einem möglichen Erbvorbezug, dass man auch vorgängig in der Familie dort anspricht, um mögliche Überraschungen zu vermeiden. Andere Finanzierungsmöglichkeiten sind ja eben private Darlehen. Was braucht es damit auch? Private Darlehen, die zu den nötigen Eigenmitteln dazugerechnet werden? Auch bei einem privaten Darlehen braucht es einen Vertrag, der beide Parteien unterzeichnet ist. Dazu muss man beachten, dass das Darlehen zinslos und amortisationsfrei sein muss, dass das Geld vollständig angerechnet werden kann. Der Darlehensgeber muss sich zudem verpflichten, dass das Darlehen in Form eines Rangrücktritt eingetragen wird. Damit sie die hohen Eigenmittelhürden der Bank und Versicherungen erreichen können, greifen viele auf ihre Altersvorsorge zurück. Das Bundesgesetz über die beruflich Altershinterlassene und Invalidenversicherung ermöglicht den Versicherten, den Erwerb des selbst genutzten Wohneigentums mit ihrem Vorsorgeguthaben zu finanzieren. Dafür kann man das Vorsorgeguthaben teilweise oder vollständig beziehen. Ein Vorbezug kann als Eigenmittel für den Kauf, den Bau oder die Hypotheken- Amortisation von Wohneigentum eingesetzt werden. Für den Erwerb des selbst genutzten Wohneigentums kann man auch Pensionskassengelder nutzen. Welches sind die Vor- und Nachteile? Das ist absolut richtig. Als Vorteil kann man sehen, wenn man die Pensionskassengelder bezieht, ist natürlich der effektive Hyperkarbetrag tiefer und somit auch die Quartalsweise Zinsbelastung. Als Nachteil, wenn man die Gelder bezieht, hat man natürlich eine Vorsorgeguthaben, die man bestmöglich bald wieder ausgleichen. Eine Alternative ist die Verpfändung des Pensionskassengeldes. Ist das mit weniger Nachteil verbunden? So kann man natürlich die angesprochene Vorsorgelücke definitiv umgehen. Dazu kommt noch, dass man immer, wenn man im Pensionskassengelder veranlasst, dann Steuern zahlen muss. Und das kann man mit einer Verpfändung ebenfalls umgehen. Vorbeziehen oder auch verpfänden darf man auch Gelder aus der steuerbegünstigten Säule 3a. Was ist eher ratsam für den Erwerb des Wohneigentums? Eher Gelder aus der zweiten oder der dritten Säule? Bei dieser Entscheidung, bei der wir ganz viele Faktoren beachten, wie z.B. das Alter oder die Vermögenssituation vom Kunden. Ich persönlich rate aber, wenn immer möglich, auf die drei Säulen zurückzugreifen, um mögliche Reduktionen der Rente oder von einem Alterskapital in Bezug auf die Pensionierung zu vermeiden. Danke für die Einschätzung, Dominik Waldner. Damit man ein Vermögen aufbauen kann, muss man sein Sparbatzen anlegen. Wenn man das Geld nur auf dem Konto lässt, kommt man wegen der bescheidenen Zinsen nie richtig auf einen grünen Zweig. Was für Chancen bietet das Anlage sparen mit Fonds? Welche Fonds und Nachteile haben Indexfonds und aktiv verwaltete Fonds? Und was bringt Megatrend-Fonds, die auf Innovationen setzen für das langfristige Anlage-Sparren? Wir bringen Antworten und Tipps das nächste Mal wieder da im Geld. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen! Village fürakapKE RentsUND